Wie geht es Shaul Mofas wohl am Morgen danach? Mit beinahe übertrieben dramatischen Worten hat der Chef der Kadima-Partei den Abzug seiner Fraktion aus der israelischen Regierung angekündigt. Nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Geschichte werde über Ministerpräsident Benjamin Netanyahu richten, sagte der zurückgetretene Vizepremier. Im Streit geht es um die Einberufung ultraorthodoxer Juden zum israelischen Wehr oder einem Zivildienst. Zu meinem Bedauern hat sich der Ministerpräsident bewusst entschieden, unsere Jungen und Mädchen aufzugeben. Ich habe meinen Kindern und den Bürgern Israels versprochen, wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen können, dann bleiben wir nicht Teil der Koalition. Vielleicht wählt Mofas große Worte aus Sorge, das Auseinanderbrechen der Koalition nach nur gut zwei Monaten könnte untergehen. Denn seit dem Besuch von US-Außenministerin Hillary Clinton gibt es in Israel vor allem wieder ein Thema, Iran. Clinton hatte deutlich und bestimmt am Montag erklärt, in der gegenwärtig schwierigen Situation müsse man weise und kreativ handeln. Und sie meinte damit nicht die Lage im Nachbarland Ägypten, darin sind sich israelische Analysten einig. Der Journalist Amos Harrell schreibt in der Tageszeitung Haaretz, die Gegner eines israelischen Angriffs auf die Atomanlagen des Iran hätten gegenwärtig wenig Grund für Optimismus. Mofas aber tritt nicht als Vertreter des Ministerpräsidenten zurück, weil er sich mit Netanyahu über den richtigen Umgang mit Irans Atomanlagen streitet. Es gab wohl auch keinen Koalitionskrach, als Mofas' Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas offenbar kurzfristig von Regierungsseite storniert wurde. Sondern Mofas hoffte, mit einer innenpolitischen Stimmung Wähler für seine Kadima zurückzugewinnen. Die Praxis der Einberufung zur israelischen Armee trieb vor zwei Wochen Zehntausende auf die Straße. Reservisten bezeichneten sich als Trottel, weil sie den Wehrdienst nicht verweigern. Der frühere Chef des Inlandsgeheimdienstes, Juwaldiskin, sprach zu den Demonstranten. Diejenigen, die für den Staat Wehrdienst leisten, sind keine Trottel. Ein Trottel ist, wer die wahre Kraft der Öffentlichkeit nicht versteht. Wer den Abgeordneten ermöglicht, sich zu drücken vor einer Lösung dieses grundsätzlichen, wichtigen und kritischen Problems. Das oberste Gericht hatte im Frühjahr ein Gesetz gekippt, das ultraorthodoxe Juden vom Wehrdienst befreit. Jetzt sollten alle israelischen Staatsbürger ihren Dienst leisten. Doch der Regierung ist es nicht gelungen, sich zu einigen. Vor allem bei Ausnahmen, Erleichterungen und Übergangsfristen gab es bis zuletzt Streit. Bei jeder wichtigen Entscheidung hat es Ministerpräsident Netanyahu vorgezogen, nichts zu tun, anstatt voranzugehen. Bei jeder wichtigen Entscheidung ist er vor seinen Partnern aus dem rechtsextremen Lager in die Knie gegangen. Die Mehrheit der Fraktion der Kadima-Partei hat nun entschieden, nach gut zwei Monaten in die Opposition zurückzukehren. Mofas hofft womöglich, durch den Bruch und seine Begründung gewinne er ein Profil. Doch das kann schnell verwischen, sollten die Spekulationen über einen Angriff auf Irans Atomprogramm den Streit über die Ungerechtigkeit bei der Einberufung überschatten.